Musik Herr Fink, heute ist etwas Besonderes im Zoo bei den Giraffen. Keine Giraffengeburt oder sonst was, sondern Sie stellen etwas heute Besonderes vor. Ja, wir als neuer Ticketpartner von LMS Ticket unterstützen den Zoo im Verkauf der Eintrittskarten im Webshop und hoffen uns damit noch mehr Besuchersträume für den Duisburger Zoo. Der Zoo Duisburg ist heute online gegangen, online mäßig, nicht nur mit den Bildern, die der Zoo zeigt, sondern auch ticketmäßig. Was hat der Besucher dafür zu erwarten? Also der Besucher hat erstmal einen riesengroßen Service, den der Besucher bekommt. Jetzt braucht man sich an den Zoo-Kasten nicht mehr anzustellen. Man kann die Tickets ganz bequem von zu Hause aus kaufen zum gleichen Kurs. Und das ist ein Besucherservice, über den ich eigentlich recht froh bin. Bis zum 28. Februar hat der Besucher noch einen besonderen Vorteil dabei. Was stellt sich darunter aus? Also wir haben dieses Jahr zum ersten Mal ein Winter-Ticket ins Leben gerufen, das man nur online kaufen kann. Und alle, die ihr Ticket bis zum 28. kaufen und einlösen, sparen 50 Prozent. Der Zoo macht ja auch Nachtführungen dabei. Kann man diese Karten auch online bestellen, weil die ja meistens schon vorher sehr schnell ausverkauft sind? Also wir werden, also ist mit Sicherheit Zukunftsmusik. Wir wollen jetzt erstmal mit dem normalen Ticket starten und halt mit Sonderaktionen und dann Step by Step halt, dass man Jahreskarten kauft, dass man Nachtführungen buchen kann. Dass man quasi einen riesengroßen Webshop einrichtet, wo der Besucher halt die Möglichkeit hat, das ganz bequem von zu Hause aus zu regeln. Okay, vielen Dank. Bitteschön. Bitteschön.